Wunderschönen guten Morgen miteinander! Hallo! Wo gehen wir heute hin? In Gotthard. Durch den Gotthard? Und wo kommt der Gotthard auf der anderen Seite raus? Weiss ich nicht! Wo? Der Zinn! Und was machen wir dort? Ich gehe ein Glas essen! Nein! Doch! Sicher? Also, schauen wir mal, wie das dort ist. Ist gut? Ja! Bis später! Bis später! Was haben wir jetzt gerade gemacht? Er ist gefeiert und jetzt gehen wir zum Gotthard. Juppie! 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 Mach auf! Was sind wir? Wir sind im Erstfeld. Im Erstfeld? Wo ist es? Wir sind bei den Krokodilen! Krokodil! Tschüss! Krokodil. Krokodil lag hier hinten? Genau! Ja! Und dann sind hier die Neuere, oder? Ja! Und jetzt auf welche gehen wir? Äh... Auf Krokodil! Auf die Neuer? Auf den Neuer Krokodil? Ja! Ist gut? Ja! Ja! Jetzt sind wir eben in der Noki drin. Ich sehe den ganzen schönen Motor. Was ist das für ein Neuer? Äh... Ein Loki! Ein L긴chen nicht. Ja! Schaues zu zeigen! Warum ist die Lippe? Gut, gut! Finde! Du machst es alleine, ha?! Sehr gut! Wie viele Leute machen? Ja was? Wann ich dich dreht? Dann mach's dir nicht auch mit mir. Für dich meinst du es auch gut machst? Das ist so schön. Cool, oder? Super, jetzt! Komm runter! Das haben wir gesagt, 50 km pro Sturm geschah. Das ist ein Headdown! Das kann ich nicht aufpassen, oder? Ich habe so eine Schnellschüssigkeit ausgewählt. Und jetzt sind wir gerade ankommen, auch wenn wir in die falsche Richtung laufen. Zweimal! Zweimal! Und jetzt sind wir, schau, wo sind wir? Und jetzt sind wir hier. Da hinter uns ist der Zug. Ja, und wir haben noch... Ich durfte noch ein Glas und ich habe schon zwei... Zuerst noch mal drei Dörfer Süssigkeiten. Und dann habe ich noch einen Schnurz. Und zeig mal, durch welchen Berg gehen wir durch? Also... Und dann gehen wir durch! Genau! Und was ist? Schau, drüllen wieder um! Was ist dort? Äh... Ein Ströse-Tunnel! Ja, wir sind in Gotthalt! Bald schon! Jetzt gehen wir dann in den Zug, hier. Haken wir schön drinnen. Da hat noch ein bisschen Platz. Wer mitkommt, sollte bitte kommen. Und ja, gehen wir bald los! Ja! Ja! Freust du dich? Und ich mache Fotos mit dem hier. Zeig! Vielleicht ist der auch Stockton gekommen, dann können wir ihn fütteln. Tschüss! Tschüss! Ja, haben wir es geschafft! Zug! Und... Wo haben wir es? Da hinten! Da sind wir aus dem Gotthard rausgekommen. Also aus dem Tunnel. Jetzt sind wir auf der Tessiner Seite und da hinter uns... Das ist Heidi. Das ist Heidi, oder? Der Bohrkopf Heidi. Einer von diesen vier riesigen, riesigen, riesigen... Oh, bist du! Bist du mühe jetzt, Schatz? Ja! Schon! Hi! Ist es gut in die Klasse? Was hast du für eins? Ja! Wer ist zuerst oben? Komm! Und jetzt? Wieder kehren? Ja! Ich hole dich ein! Da! Hallo! Wo sind wir jetzt? In Pelizzona. Und wir haben von einer Klasse gelassen und jetzt haben wir eine zweite Klasse gelassen. Ei, ei, ei! Übertreiben wir es! Guten! Tschüss! Hallo! Wir sind fett im Pessin. Sollen wir ihn mal verkleiden? Mhm. Mhm. Hallo! Und wo gehen wir jetzt her? Hey! Schon? Ja. Mit was? Mit dem Auto? Schau mal! Ich gehe eben mit dem Auto, ich gehe eben mit dem Zug. Tschüss! Ich habe einen gelben Zug. Tschüss! Wie sieht von dir, ich bin ja mit dem Auto, ich bin der Inselrad. Ich gehe mit dem Auto, ich habe den Platz. und das habe ich mit dem Auto. Das ist ein Auto. Ich gehe mit dem Auto. Vielen Dank.